Das Spiel läuft, die Bayern am Ball. Lewandowski. Goretzka. Superparade, klasse gehalten. Da geht er hin und zaußt den Ball weg. Nächste Ecke jetzt. Lewandowski. Den Ball hält er gut. Gibt Ecke. Niklas Füllkrug. Wichtig, dass Neuer den hält, aber die Chance natürlich da. Kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Den hätte er besser platzieren müssen. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor wahren. Robert Lewandowski. Dann fällt das erste Tor an diesem Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020